Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 25. Mai 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1200, eine glatte Zahl. Und ich entschulde mich schon mal dafür, dass die letzte Episode nicht am Morgen in aller Früh erschienen ist, sondern erst am Dienstagnachmittag. Es hat mal wieder was geklemmt im lustigen WordPress dahinter und oder Podcast-Auslieferungs-Software-Teilchen. Heute haben wir die folgenden Themen. Dumper, Roadcaster, Huawei Health Plus, Dinos, Apple Watch Pride, Logi Options Plus und Google Street View. Ich starte gleich mit einem Dumper. Was ist das? Das sind diese kleinen oder eben nicht ganz so kleinen, die grossen Lastwagen, die Dreck aufnehmen, Steine, Erde, was auch immer da alles mit drin ist und sie transportieren. Die gibt es ja schon länger in elektronischer Form, also nicht mit Benzinlaufenden, sondern eben in Elektro. Und sie gibt es auch schon ein bisschen mit selbstfahrender Möglichkeit. Nun hat in der Schweiz die Holzim zusammen mit der Swisscom, welche für das Netz verantwortlich ist und da 5G-Masten hingestellt hat, und Volvo, der Auto- oder eben nicht nur Automarke, einen Tesla aufgestartet. Sie haben einen Steinbruch im aargauischen, ich bin nicht mehr ganz sicher, Villingen, zumindest irgendwo im Aargau, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, umgerüstet. Zum einen eben grosse Antenne aufs Land gestellt, damit auch jeder Blick oder jeder Winkel vom Gelände abgedeckt ist. Dann hat Volvo seine lustigen Gefährte eben dieser Dumper zur Verfügung gestellt und Holzim kontrolliert und wartet und nutzt das Ganze. Das Ziel ist, von Holzim bis im Jahre 2050 das Ganze mit der eben Zero, ja halt emissionsfrei zu bekommen, die ganze Geschichte oder ihr ganzes Business und somit eben da Möglichkeiten zu bieten. Ich finde den Test sehr, sehr spannend und werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Dann kam vorgestern die Neuigkeit raus, oder besser gesagt, ich habe da irgendwo in einem Google Cache schlussendlich, also einen Online-Shop, der nicht mehr ausgeliefert hat, da nachher über einen Google Cache es doch noch gefunden habe. So, genügend um den Bereich geredet. Der Roadcaster Pro 2, das ist der Nachfolger vom grossen, fetten, schweren Podcast-Utensil und vielfach auch von Streamern genutzte Hardware, das kurze Zeit in gewissen Stores aufgetaucht ist und dann eben wieder gelöscht wurde. Was ist bis jetzt bekannt? So einiges von der Optik, von den Anschlüssen. Spannend wird es sein, was man alles machen kann mit den zwei Anschlüssen. Das heisst, ihr könnt jetzt neu zwei Rechner anschliessen. Das wird für all diejenigen, die streamen und oder Live-Podcasten sehr interessant. Es hat einen Ethernet-Anschluss und ich kriege regelmässig Augenkrebs, wenn ich mir das Teil wieder anschaue, weil noch mehr Farbe da mit draufgekommen ist. Ich glaube, da ist irgendjemand einfach ein Farbkügel über das Produkt gefallen. Ja, kann man machen, muss man nicht unbedingt, aber kann man machen, würde ich mal sagen. Testen würde ich es dennoch gerne. Also, Rode, wenn ihr zuhört, genau, hier, meine Adresse steht im Impressum und sonst Kontaktmöglichkeiten sind auch gegeben. Huawei hat letzte Woche ja Geräte vorgestellt, aber auch neue Dienstleistungen. Da wir das Event selber verpasst haben, ihr könnt das im Travel-Blog von mir nachlesen, weshalb verpasst, das werde ich euch auf daily.geektalk.ch natürlich verlinken oder auf dem Podcatcher eures Vertrauens oder im Podcatcher eures Vertrauens zum Anklicken und Durchlesen. Da haben sie vorgestellt, der Huawei Health Plus, was am 30. Juni leider aktuell nur in Italien und in Deutschland startet. Das Ganze ist noch Beta und was ist das? Ja, es ist ein Pendant zu Apple Fitness Plus, die Möglichkeit, um ein Fitness-Abo zu umgehen, also quasi nicht ins Fitnessstudio zu müssen, zu Hause Übungen machen und so weiter. Ich bin gespannt, hoffe, dass das Ganze bald auch in die Schweiz kommt, dass ich es mir anschauen kann und dann auch mit Apple Fitness Plus vergleichen kann. Neuigkeiten gibt es für alle Dino-Fans. Jetzt in dieser Woche kommt jeder Tag, auf die Serie habe ich schon lange gewartet, Prehistoric Planet, eine neue Serie auf dem Apple TV Plus. Schöne Dinos in neuer visueller und auditiver Qualität. Fünf Trailer könnt ihr euch anschauen, die haben wir natürlich auch verlinkt in einem entsprechenden Blogpost. Dann gibt es noch weitere Neuigkeiten von Apple, die haben zu der Apple Watch neue Apple Watch Pride Edition Armbänder rausgebracht. Zwei an der Zahl, ein Loop und ein Pride-Faden-Zifferblatt, ein helles und ein dunkles. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ich könnte es nicht, das dunkle, das helle, das dunkle, ach, die sind so schön. Ja, wer will, auch dazu Informationen findet ihr in diesem Internet oder eben auch verlinkt bei uns. Dann gibt es Neuigkeiten für alle Logitech-User, die die Logi Options, Logi Options Plus Software bis jetzt genutzt haben. Die war ja Beta. Beta ist abgeschlossen, man kann sich jetzt die volle Version runterladen und nutzen. Ich hoffe doch mal, das Ganze wird dann auch sauber funktionieren. Gleichzeitig hat Logitech auch zwei neue kleine Updates rausgeschmissen. Die Logitech MX Mechanical ist neu rausgekommen und meine Lieblings-Uhr, genau, meine Lieblingsmaus, die Logitech MX Master, hat in der dritten Version ein S hintendran bekommen. Dann gibt es zu feiern, oder hätte es gestern gegeben, wenn man dann gefeiert hätte, 15 Jahre Google Street View. Ein Ding, was in Deutschland lange sehr kontrovers diskutiert wurde und verboten hätte werden sollen. Und weiss ich nicht was, man hat die Häuser verpexelt und all diese dummen Geschichten. Sorry, aber ja, wer surft heute nicht schon durch das Netz und schaut sich bei Google mit Street View oder bei Apple mit diesem Vorsehen, Vorschau. Ich hatte es vor ein, zwei Tagen im Podcast mit drin. Die Möglichkeit ist einfach genial, um da zum einen in Erinnerung zu schwelgen, weil man schon mal da war, oder Dinge anzusehen, die man unbedingt sehen möchte in naher Zukunft und so weiter. Google hat gleichzeitig auch noch ein neues, ich sehe irgendwie hier ein Gesicht, IC Faces, Kameramodell vorgestellt. Das wird zwar erst im nächsten Jahr zum Einsatz kommen, es ist deutlich leichter, es ist deutlich kleiner, es ist modular aufgebaut, kann mit einem zusätzlichen LiDAR-Scanner ausgerüstet werden und es soll vor allem dazu dienen, um Gegenden, die bis jetzt noch nicht so gut abzudecken waren, abdecken werden können. Ich bin schon gespannt, was da alles noch mit vor die Linse kommt in der Zukunft. So, jetzt hoffe ich für euch, dass die Episode morgen pünktlich um 4.00 Uhr rausfällt. Ich gehe jetzt erst mal was essen und dann schlafen und nachher Dinos schauen. Ich freue mich schon. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.